Showa Isa, 65 cm weiblich, auch hier das alte auf der Seite, haben wir gekauft als Tossei, hat sich gut entwickelt, hat hier noch überall Sumi unterlegt, hat ein gutes Benni, gutes Sumi, hat auch ein Schimpotty, hier kommt noch jede Menge, hat einen schönen Like-Ansatz, da kommt noch Sumi, und am interessantesten wird es auf dem Kopf, und den finde ich auch am schönsten an dem Fisch, wirklich sehr sehr ausgeprägt, toller Fisch, wer hier Interesse hat, gern, auch der ist in der Innenhälterung, war noch nicht an der Sonne, da wird das Benni noch einmal deutlich besser.